hey ho heute machen wir mal wieder was leckeres natürlich draußen am grill zeit wurziger und was machen wir wir machen verschiedene jähnchenspieße auf grünen speckbohnen einzige nachteil wo ich hier habe ich habe seit tagen versucht frische bohnen zu bekommen keine chance gehabt ja da greifen wir auf tiefkühlware zurück egal so ist es halt und jetzt gehen wir rüber schauen wir was ich an zutaten habe das hält sich komplett im überschaubaren rahmen was hier jetzt noch fehlt sind die grünen bohnen die hole ich nachher dann erst aus der gefriere raus und ja legen wir los attacke absolut überschaubar alles wir haben hier so vier hähnchenbrustfilets sollte so ausreichend für sechs spieße von jeden zwei hier habe ich noch eine packe bacon was weg muss dann an gelderländer bauchspeck dann habe ich eine teriyaki und sojasauce da werden eine variante einlegen das gewürzmelikopter werde ich dann für die grünen speckbohnen verwenden also später erst dann habe ich noch schickenland vom beef body und das den india rap von der grill show also drei varianten ich werde jetzt kurz das die hähnchen teile in schöne würfelchen schneiden dass man dies sauber aufspießen können und dann werde ich die schon mal vorspießen und wenn das alles soweit gemacht ist leute dann sehen wir uns wieder klitzekleine planänderung ich habe hier jetzt schon mal drei haufen gemacht für jeweils zwei spieße und ich werde jetzt gleich mal vorwürzen und dann die kommt gar nichts sind da kommt die kommen ja gleich eingelegt in die teriyaki und sojasauce so jetzt kann ich zum spießen anfangen nachdem ich meine hände abgetrocknet habe wieder also absolut gar kein hexenwerk dann tun wir die zwei spießchen hier rein ein bisschen sojasauce drüber ein bisschen teriyaki soße am besten wäre es halt jetzt wenn sie komplett untertauchen würden aber wir werden die halt jetzt die nächste zeit da drin ein bisschen drehen und wenden und gut ist oder einfach bloß zu machen und immer wieder ein bisschen durchschütteln die spieße tue ich jetzt noch in folie schnell einwickeln und frisch haltefolge und dann darf das ganze noch so eine halbe dreiviertel stunde ziehen bevor wir uns dann draußen wiedersehen in der zwischenzeit schneide ich noch den bauchspeck klein zu den hier rein und ja mit allen zutaten sehen wir uns dann draußen am grill heraussend wärmer definitiv ein essen was nicht viel arbeit und geschirr macht außer jetzt halt die schüsseln drin habe ich schon alles wieder weggespült da haben wir den speck für die speckbohnen wie gesagt dem medikopter nämlich für die bohnen salz pfeffer weiß ich nicht ob man noch brauchen das thema dann hinterher am tisch gemacht werden die bohnen nachher im wog auf dem seitenkocher von meinem kobe nox und ja bisschen wogöl ganz einfach noch und da sind die spieße und alle paar minuten durchgeschüttelt ja dann täte ich mal sagen legen wir die spieße auf den grill heizmann wogbrenner an und attacke hier schmeißen wir gleich die spieße drauf die werden wir bloß in indirekten bereich legen und da gar ziehen und dann eventuell direkt über der glute noch eine kruste geben ich habe übrigens in der folie noch ein klein bisschen nachgewürzt von dem jeweiligen gewürz und dank der unterschiedlichen gewürze besteht nachher beim probiererle auch keine verwechslungsgefahr also die teriyaki spieße hätten wir ja definitiv etwas länger einlegen können wäre besser gewesen aber ja mei wie es ist so ist es und dann gehen wir ganz rüber zum wogbrenner jetzt hoffe ich bloß dass ich die sachen dann halbwegs gleichzeitig fertig bekomme nicht dass die spieße verkokeln die bohnen na ja nicht mehr ganz so ansehnlich dann sind das ist einfach passt ja mit viel speck und bacon da werden auch wohnen genießbar bisschen anschmuggeln lassen und dann kommen auch schon die bohnen hinzu das soll uns auch schon reichen für den speck manchmal gleich mal die bohnen rein und ich denke ich werde jetzt dann gleich den wogb dann ausmachen den brenner weil ansonsten sind höchstwahrscheinlich die bohnen viel zu früh fertig und das wollen wir ja dann auch nicht aber jetzt lassen wir zuerst mal ein bisschen vorsichtig hin brütteln ja und dann sehen wir natürlich weiter die bohnen liegen immer noch und doch die sind eigentlich gleich soweit gut schauen wir mal nach dem hähnchen sie sehen auch schon fast ganz gut aus drehen wir einmal um ja die werden wahrscheinlich wieder etwas trockener sein dafür gibt es aber schöne fettige speckbohnen den brenner habe ich dabei ausgemacht und leute ihr seht es das speckbohnen verhältnis ist optimal aber jetzt tun wir gleich den mediterranen medicopter von mc ellis da hinzu und wie gesagt ob man nachher dann noch salz und pfeffer brauchen das entscheidet dann jeder für sich am tisch und jetzt im prinzip müssen wir es jetzt bloß noch warm halten das sollte ja kein problem sein dass man kurz noch mal nachher feuer machen und jetzt riecht das ganze schon mal ganz anders und nicht richtig lecker fein es wäre dann soweit nebendran habe ich den bochtbrenner schon wieder angemacht ja viel farbe brauchen die eigentlich ja gar nicht mehr aber so ein klitzekleines bisschen können wir denen schon noch geben und dann können wir auch schon reingehen zum essen so wie gesagt nochmal kurz angrillen direkt nebenbei natürlich die speckbohnen umrühren das habt ihr jetzt nicht gesehen tja und ja nochmal umdrehen und dann sind wir schon fertig zum essen leute ich sag's euch ich hab jetzt schon richtig kohldarm bloß eben nicht zu lange nicht dass wir wirklich kurz trocken werden und leute ich nehm es jetzt gleich runter und dann sehen wir uns drinnen zum probieren jaha essen und genau so sollte das nachher aussehen also von der bohnen her bin ich sehr zufrieden und jetzt fangen wir mal mit dem probieren an und zwar mit den speckbohnen ich glaub das salz aus dem speck reicht vollkommen aus sehr geil teriyaki mhm fein mhm indian spice ja von der grillschotte mhm 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 tja das war es dann mit dreierlei hähnchenspieße auf grünen speckbohnen zumindest fast schatzi hat sich noch was geholt der rest ist alles aufgegessen kein wunder wir waren jetzt zu dritt patrice ist auch noch gekommen zum essen und ja die spieße sehr lecker hat wunderbar funktioniert die grünen speckbohnen waren auch verdammt lecker kein salz mehr kein pfeffer nichts mehr nötig der medikopter hat vollkommen ausgereicht ich schluck immer noch dran also ein wirklich schnelles einfaches verdammt leckeres essen patricia war mega lecker die speckbohnen perfekt gewurzt und die hähnchen dinge auch wunderbar schatzi dann habe ich ja mal wieder geschafft gott sei dank leute wir sehen uns dann im nächsten video wieder wir sehen uns tschoykowski was im übrigen hoffe ich doch ein video ist